Let's go, 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 let's go! Sehr gut. So jetzt drückst du wieder bereit? Ja, bestätigen. Bereit, jaja. Sehr gut. Nächste Runde. Diesmal hast du Waffen ausgewählt? Nee, oder? Nee, ich hab jetzt die, die schon drin waren. So dann drückst du wieder bereit und dann geht's ab. Partyeinleitung musst du drücken Ja, hab ich ja, bin bereit Achtet auf andere Operator im Gebiet Okay, äh, was sind uns eigentlich die Aufträge Hey Junge, warum ballerst du's eigentlich immer raus, Junge, was ist das für ne Scheiße Willers, komm her, Willers, komm her Ja Du siehst hier die Box Oh, äh Mein Ping wird grad Claymore Was, was ist das Genau Claymore, die kannst du jetzt Also du hast da unten immer zwei Sachen neben deiner Waffe Du siehst da unten deine Waffe auf dem Bildschirm Oh, jetzt bei dir die Faust Und dann unten siehst du die Claymore Und wenn du jetzt die Taste drückst, also bei dir ist es, äh, I Dann kannst du die Platz platzieren und die explodiert, wenn Gegner reinlaufen Ja, äh Das kannst du da in Häusern platzieren Ja Also, auf geht's So, hier ist noch Wir gehen zu O-Light-Night-On oder sowas Oh, Feinde Na egal Äh, es kommen welche Das heißt, die hat eine Action Ja Ich brauch halt nur ne Waffe Ja, warte, ich kann dir eine geben Äh, wo ist die? Hier Wie der ist hier? Ja, äh, warte Ah, hier bist du Ja Sehr gut Jetzt auf geht's Wer hat das? Wer hat das vorladen? HÄH?! Achso... Alter NPCs, die sind nicht explodiert! Oh, äh... Mit Controller... Mit Controller hätte ich nicht solche Kills holt, ne? Hier, du kannst jetzt hier die Raph noch nehmen. Ich nehme die... Oh, geheimnis Dokument! Let's go! Let's go! Let's go! Helfer, ist das gut? Ja, das bringt ordentlich Geld! Wir gehen jetzt hier hin, zum Einkaufswagen. Warte, ich markier mal den Drohnturm, dann kann ich dorthin. Ich aktivier mal den Drohnturm, dann siehst du, wo die Feinde sind. Jo, mach das! So, bist du bereit? Dann siehst du jetzt gleich, wo die Feinde sind. Ja! So... Du siehst, hier unter uns sind sau viele Feinde. Jaja... Drohnturm ist das, was so aussieht wie dieses... ...Handy-Signalzeichen, oder? Ich bin schon drinnen. Ich bin... Werfersplittergranate! Ultra-1, wir registrieren eine gewisse Aktivität im Gebiet. Aufpassen! Ah, da beim... Sauber, ich hab alle getötet. Ah, das war schon. Warte, ich lass mich mal rein, hier. Ihr könnt rein. Ah. Hier gibt's in der Festung immer gute Waffen. Das musst du bedenken. Ja. Ah, warte, ich geb dir wieder ne... Das Schumgewehr. Das Schumgewehr. Das Schumgewehr, gut. Hier, du kannst das Zoomer anziehen. Hier, du kannst das Zoomer anziehen. Wo wir gerade eben waren. Weiß ich nicht. Das ist dann wieder eigenartig. Wollen wir die killen? Ja, können wir machen. Ah, da kommen sie. Sauber, bitte. Naja, mit Controller hätte ich die Kills nicht gemacht. Sehr gut. Ja. Ich höre wirklich mit... Ich höre... Wenn ich mit Controller spielen würde ich... Ich wäre schon längst sowas von down. Ah, du hast schon alles gut. Ich hab's halt gelernt. Ja. Dann, äh... Dann kann man das mit beiden eigentlich sehr gut. Ja. Du kannst jetzt hier oben gucken. Ob du eine andere Waffe willst. Hier gibt's jetzt zum Beispiel ein M16. Oh, Verband. Wichtig. Und das normale Sturmgewehr. Sturmgewehr hier. Der Verband hier bringt halt nicht so viel. Oh, äh. Nein. Ach, scheiße. Aber du kannst Wertsachen aufnehmen. Die kannst du dann... Oh, Schlüssel für Rathaus unter Schlupf. Auf geht's, ab geht's. Wir gehen jetzt zum Rathaus. Oh, äh, Gegner. Alles gut, hab ihn. Warte mal, ich muss mal hier das... Ach, ne. Ja, bin down. Warte, ich hol dich. Jo. Wo war er? Da bei der Treppe, da. Hier. Oh. Das ist ein echter Scheiße. Ja, fuck. Ja, komm, scheiß drauf. Oh, äh, geht weiter. Oder? Kann ich doch nicht. Sauber. Beide ausgeschalten. Sauber. So, ich weg mal feindliche Trupps um Beitritt. Pilast, ich schiehl dich jetzt mal ganz kurz. Jo. Dankeschön. Alter, wir haben gerade 5 Leute gekillt, gell? Mhm. Alles gut. Da kommt eine Betäubungsgranate! Scheiße, warte, ich muss kurz weg. Aktivität! Außerweg! Außerweg! Mhm. Sehr gut. Nein, ich hab ihn. Schalte! Nein, du standest kurz vor einer... Schalte! Nein, du standest kurz vor einer... Ah, schade! Schalte! Schalte! Haha, was soll der Scheiß? Hey, mit wem redest du? Wenn Gegner in deiner Nähe sind Pilast, dann kannst du mit denen reden. Achso. Achso, ja, stimmt. Ich verkaufe ein wertvolles Objekt in einer Verkaufsstation. Okay. Auf geht's. Bei mir steht, ich muss ein... Achso, wo wir hingehen? Bei mir steht, ich muss ein Auftrags, oder? Was? Auftragstelefon? Jaja. Ja, kann sein. Oh, äh, perfekt. Ich bin zu dumm, um eine Treppe hoch zu laufen. Ah? Treppenschlüssel? Bombenmacher-Vorratsschlüssel? Nein. Oh, äh. Ach, du Scheiße, Dinger. Ich hab grad... ...gedachter werden... ...Gegner. Die müssten hier drüben sein. Du musst ein wertvolles Objekt finden. Jo. Ah? Let's go. Äh, haben wir jetzt hier irgendwo eine Verkaufsstation? So, Computer hier, äh, Schmutz. Äh, komm mal mit zu mir? Jo. Ich komm. Bist du da? Jo. Komm mal mit. Kletter mal hier hoch. Wir müssen kurz zum Dings fahren. Wohin? Zum Verkaufsstation. Jo. Ja. Weil ich muss das verkaufen, dann hab ich die Aufgabe fertig. Ey, Space Desk laggt sogar, ne? Hä? Space Desk laggt sogar. Ja. Wir fahren weiter. Wissen wir Gas geben? Oh, ich bin raus. So, da bin ich. Ne, schnell, schnell. Sonst kackt unser Auto ab. Ja. Da kann ich nicht mehr fahren. Ja, man merkt, wie ein Mann Internet scheiße ist. Scheiße, scheiße, scheiße. Ne, schnell, 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 schnell. Du wirst es unserem Kollegen, der ist gut. Hier ist ein schwer gepanzertes Team mit einem Waffenkoffer. Die letzte bekannte Position erscheint auf der Taktikkarte. Angriff nach eigenem Ermessen. So. Aussteigen. Ich fahr jetzt vor euch erstmal. Scheiße. Hallo. Du. Leas, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, ja. Bleib dort. Bleib dort. Hier mich, hier mich. Ich hab dich. Sehr gut. Schnell, 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 schnell. Hopp, 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 hopp. Okay, alles. Sehr gut. Ja, scheiße. Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. Ja, warum ne Uhr? Was soll ich mir? Scheiß Uhr, ja. Ah, scheiße. Bleib dort. Digga, ich find nur... Ist ein Laptop gut? Nee. Komm mal hierher. Da ist ein Gegner. Ja, scheiß drauf. Ich hab was abgekriegt. Ich hab keine ein... Ich hab nicht mal ne Pistole gehabt, ne. Ich hab wirklich nix. Ja, das sind auch die krassen Gegner. Siehst du ja schon. Die sind nicht gepanzert, alles. Ja, und wenn ich dann auch keine Waffen oder irgendwas hab, dann... Ich muss... Ja. Und verlassen sie das Spiel. Bis zum nächsten Mal. will zusammennesstern!